Man spielt den Frühwegcup. Die inoffizielle deutsche Meisterschaft. Und das ist ein Privileg. Die Atmosphäre, die Teams der Fußball ist genial. Eine geniale Veranstaltung mit hochklassigem Fußball-Sport, den es so in Deutschland wahrscheinlich nicht zu sehen gibt. Die Atmosphäre, die sich in Deutschland verabschiedet hat. Die Atmosphäre, die sich in Deutschland verabschiedet hat.